Macht sie schon? Ja. Hallo, ich grüße euch alle hier von der Havel, von der Oberhavel. Wir sind hier oberglücklich und ein schöner Tag heute. Es ist ein bisschen Wind, aber geht so gerade und die Sonne scheint. Was will man denn mehr? Und ich habe hier den Vita an Bord. Ja, und jetzt fahren wir hier Richtung Norden und dann geht es weiter. Immer stückwächtig. Machen wir noch einen Schwenk da rüber, so ein bisschen. Ja, da ist denn hier die Einfahrt, ob Sie sich da sehen. Ja, genau. Machst du sehr gut. Schwenk immer langsam machen. Sehr gut. Ja. Fantastisch, die Technik, die begeistert mich. Hier, mit dem Tod hier fahren, alles voller Technik. So. Gut.